Schönen guten Tag, herzlich willkommen an einer neuen Folge. Wir sind hier in Berlin auf der Bright Trade Show. Da hinten ist ziemlich viel los. Die ganzen Aussteller der ganzen Skateboard Companies sind hier am Start und die Leute hier irgendwie einkaufen und sowas. Deswegen können auch nicht alle hier rein. Deswegen machen wir da mal eine kleine Schnupper-Tour und zeigen euch mal alles, was hier abgeht. Ne? Ja, gespannt. Rauschen. So, wir stehen jetzt hier am Standort 247 und schauen uns immer ein bisschen um, was hier los ist. Fragen wir euch nicht, was hier abgeht. Ne? Ja, ja. Guten Tag. Ja, moin. Ich hätte gerne mal ein Bierchen, bitte. Bier? Ein Schnaps auch noch dazu? Ja, wenn's geht. Ja, einfach mal hier mal ein Bier. Kann ich dir noch öffnen? Jo. Boah. Mit dem Cruiser geöffnet, ja. Entschuldigung. Ein Schnaps. Hier erhöht auch richtig die Stimme, ne? Oh, was soll das? Ja, ja, lass ihn mir schmecken. Gibt's schon ewig. Speed Cream von Paul hat sich bewährt, ne? Auch beim rauen Hals. Ich hab's auch schon probiert und es ist wirklich... Ja, gut. Das kriegst du eigentlich jetzt nicht rein, aber gut. Das ist bestimmt auch nicht so gesund. Immer wieder, ja. Ja, jeden kannst du da halt. Okay, fett. Ja, wie habt ihr hier im kleinen Sketch-Shop aufgebaut oder was? Genau, wir hatten sonst den vorderen Teil dieses Bright-Standes genutzt und dieses Mal hatten wir die Idee, das hier hinten so ein bisschen einzurichten wie so ein Sketch-Shop. Da haben wir dann alles, was wir so haben. Na ja, einen kleinen Teil davon zumindest hier ausgestellt. Geht bei Longboards los, Complete Cruiser, Complete Boards, Decks der verschiedenen Firmen, damit man auch mal die Konstruktionen zeigen kann, ne? Hier Stereo-Soundbuch zum Beispiel. Das ist relativ neu. Ja, deswegen haben wir das so eingerichtet wie ein Sketch-Shop. Willst du mal weiter? Ja, hier. Und das letzte Abendmahl, da sehen wir uns, ne? Da kannst du noch mal draufhalten. Oh, da, okay. Wir befinden uns hier gerade am Osiris-Stand. Ja, Osiris, jede Menge Schuhe auf jeden Fall. Besonderes Highlight für den kommenden Herbst. Auf jeden Fall der Castle Parish. Ich zeig euch das Ganze einfach mal. Und äh, diesen Schuh gibt's, wie gesagt, auf kommenden Herbst. Weiteres Farbmodell, jedenfalls Casual Bergen. Checkt den Schuh auf jeden Fall aus. Im Tido-Shop ist alles für uns. Ähm, hält mich ab März 2022. Viel Spaß, auf jeden Fall. Bis dann, tschüss. So, wir haben die Stücke ab. Hier sind wir auf dem Barcom-Stand mit Bladik Scholz. Und er erzählt uns jetzt noch was über den Stand. Ja, wir haben hier Klamotten von Volcom präsentiert. Links und rechts. Raus und Männer. Super geile Sachen. Da vorne gibt's Würstchen. Und was machen wir? Welche Dritte? Winis. Winis machen. Bitte mal. Mit Volcom und ein Winnie mit dem Volcom. Und abholen. Und weiterlaufen. Wie ist das Ding noch, Alter? Wir haben auf jeden Fall den smartesten Typen jeder Messe neben mir. Und zwar Jeremy Reinhardt. Und zwar erzählt er jetzt mal was hier über den EZG-Stand, was es hier Neues gibt und das, ne? Wir haben hier so Händen, Knöpfen, Taschen. Optimal. Ich sag mal nur drei Pimmel, wo man so hoch kann. Ja, und was ist das Wichtigste heute Abend? 4, 2, 5, 5. Rauchen. Und Kippen. Ja, gut. So hart wollen wir es jetzt nicht ausdrücken, aber wir gehen auf jeden Fall auf die Radioparty und reißen die Bude ab. Oder? Ja. Schönen Bierduschen, Alter. Ja, wir stehen hier am schönen Klappso-Stand mit Klappi-Klappso. Und seine Schaufeinster-Uniform. Und ihn jetzt auch Schaufeinster-Party in Hamburg besorgen. Herr Max ist von Dieter Weißler aus Hamburg. Ich hab dich modelliert. Hat er sehr gut gemacht. Den konnte ich es mir nicht nehmen lassen, das Büro und dem Südbord hierher zu schicken. Höchstpersönlich. Und jetzt hab ich überlegen. 20.000 Meilen unter dem Teer. Ja. Klappso ist halt ein ganz süßer. Weißt du? Da kommst du auch nicht drüber rum. Okay? Das riecht ja auch nicht. Die Figur dich gerade riecht. Kapitänsjacke. Der Kapitän hat es nicht immer leicht, aber leicht hat es einfach. Und zack ist er abgegradet worden. Und jetzt auch General. Ich weiß es nicht so genau. Er hat sich nämlich hoch geschlafen. Das ist jetzt vom Kapitän jetzt irgendwann auf das Flugzeug fliegen. Ja? So nicht der Kapitän der Lüfte geworden. Genau. Das ist fertig, oder? Ein Schlauch. Alright. Alright. Ich kann euch noch ein paar Sachen zeigen. Wir kommen mit der Kollektion. Okay. Es geht in die Bild los. Dieses Jahr. So, dieses Jahr gab es auch natürlich einen Stand auf der Bride von Skated. natürlich. Und da wird uns jetzt mal Tidus und Torben mal ein bisschen dazu erzählen, was es alles noch Neues gibt in Skated Welt. Ja. Wir wollen aber anfangen. Ja. Schieß los. Ja. Bei Skated ist natürlich immer unglaublich viel los. Und man sieht es daran, dass Torben und ich uns im Februar nämlich in den Flieger setzen und einen knüppelharten Trip vor. Erst fliegen wir nach Uganda, weil dann hat Torben organisiert, dass wir dort einen Grundstein legen für ein kleines Büro und eine Abstellkammer, weil unser Douglas, der ja in Münster war und schon ein paar Laptops mitgenommen hat. Der muss natürlich irgendwo auch einen Raum haben, wo er seine E-Mails schreiben kann. Und wir werden den Park der Skateboard Union, der Arroganter Skateboard Union helfen zu renovieren. Von da an, aber ich glaube jetzt übergebe ich mal, von da an fliegen wir nach Tansania. Tansania machen wir die große Eröffnung von unserem Skatepark, denn im Juli fertig wurde, perfekt. Genau. 500 Quadratmeter betoniert. Dann fängt es nach Hause und ich fliege noch einen Tag rüber nach Nairobi, um unseren Skatepark weiter zu planen. Ja, mit einem cooler Tripper. Genau. Eigentlich wollte er ja noch nach Mombasa, aber das wurde zu kompliziert, deswegen haben wir beschlossen, machen wir lieber noch einen zweiten Trip nach Südafrika, weil wir haben ja auch in Kapstadt noch ein Projekt, wo wir mal gucken müssen und von da ist Mombasa nämlich gar nicht so weit. Aber es gibt noch was, wo wir nämlich dieses Jahr hin müssen, nämlich nach Costa Rica. Da ist am Oster Sonntag nämlich die Eröffnung von unserem neuen Skateboardpark. So und jetzt könnte ich euch stundenlang ein Ohr abkauen, aber dann hört ihr nicht mehr zu. Jetzt können wir jetzt erzählen, weil den Rest haben wir alles für geile Sachen gemacht. Am nächsten Mal. Am Play Stand, jetzt sind wir wieder da. Ja, ich. Und mit dem neuen Cover hier von Play's. Guten Morgen. Fiji, sind wir hier? Guten Morgen. Sing a Jamuf, würde ich sagen. Von ihm, oder? Den macht er gerne. Hatten wir auch schon oft und zwar auch eine Überlegung, aber es ist wunderschön geworden. Wir stehen jetzt hier gerade am G-Shop-Stand mit Zufahrer. Ja, ich war jetzt seit einiger Zeit schon für die Uren-Fürmer und ja, es ist super super. Ich trage die in meiner Freizeit zum Scannen. Die gehen nicht kaputt. Oh, das ist jetzt nach Pick-Own. Ja, nö. Ich bin im Traum allein. Nein, ich finde die uren cool. Dings, ihr wart doch auch in den USA mit G-Shop? Ja, genau. Wir haben da so einen Gewinnspiel gehabt und sind in den USA geflohen. Haben dort ein paar Firmen besucht. Waren zum Beispiel toll für Ralter. Waren bei Circa. Waren am G-Shop-Stand auf der Agenda-Mester etc. Haben viel Sonne getan. War gut. Und auch ein bisschen gerollt. Ja, auch ein bisschen geskatet. Bei der Chester-Blause. Aber dann werdet ihr bestimmt noch mit eure Kollegen. Machen wir, ne? So, heute haben wir jetzt den Freitag hier auf der Pride. Und neben mir sitzt Ali Kulala, die wahrscheinlich ihr kennt. Ali, du bist hier in Berlin? Okay. Was haben wir gemacht? Oh, ich kam vor allem für den Rookie des Jahres. Ich versuche den Rookie des Jahres. Ich versuche den Rookie des Jahres. Und sie wollen mir eine Sprache. Ich weiß nicht, was ich sagen kann. Okay. Du musst etwas sagen. Etwas für eine halbe Minute. Und ich habe einen Test. Und ich war einfach mit mir selbst. Und dann habe ich gesehen. Und dann habe ich gesehen und es war 24 Sekunden. Aber ich weiß nicht, was zu sagen. Ja, du hast es einfach gemacht. Ja. Cool. Danke, Mann. Ja, kein Problem, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. So, das war's von der Pride 2012. Es hat uns gefallen. Wir haben jetzt ziemlich alles hinter uns gebracht. Wir haben fleißig einen Film, der gerade hinter der Dünse steht. Und wir waren jetzt feiern. Wir haben uns einen Wünsch gegeben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst. Tschüss! Tschüss. Tschüss! 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 Vielen Dank.